Ein Film. Was kann das schon sein, wenn es Sie jetzt so erlaubt hat? Guten Tag. Mein Name ist Sigrid Markstein, Sima, und ich freue mich, Ihre Aufmerksamkeit zu haben. Wer wahrnimmt, gibt nicht falsch. Und Ihnen das Abenteuer Dresden näher bringen zu dürfen. Ich halte es mittels Hirn. Für ein gutes Abenteuer ist man niemals zu alt, nur zu langweilig. Dabei versuche ich, das Bild der Stadt so abwechslungsreich wie möglich zu präsentieren. Denn die Natur des Geistes ist so geartet, dass uns der Wechsel meist mehr Erholung verschafft als die Ruhe. Wollen wir uns zuallererst entscheiden, ob wir die Stadt per Pedis oder per Gefährt erschließen wollen. Und wenn per Gefährt, mit welchem. Dabei gilt es zu bedenken, nur wo du zu Fuß warst, warst du wirklich. Für etwas mehrOfe ist wie möglich. Für etwas über sensitivity ist man aber auch vielleicht ein wenig interessiert. Ich bin froh, wie so weiter daran, was mir顺 Momenteuerung merkt. Richtig. Ich habe ich meinen lieben, oder aus? Da ist ja über dieaveskas laissez. Du流 BRE Passwant nicht nur die Sch�manach heisst. Und wenn du kein Nachtf'll? Die Festاءlagen